Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Partikelsystem in der Unreal Engine. Heute wollen wir uns mit dem Level of Detail beschäftigen und davor möchte ich vielleicht noch ganz kurz euch ein bisschen in die Standarddinger hier einführen. Also wir hatten uns schon mit den Spawn-Sachen hier beschäftigt, wir hatten schon gesagt, okay, was, gut, okay, das hatten wir noch nicht gemacht, aber ja. Ja, im Endeffekt sind die Einstellungen meistens selbstredend und ihr könnt damit auch super rumspielen, das heißt, ihr könnt da sozusagen Learning by Doing machen. Ich werde euch die nicht alle vorstellen, weil, wie gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele einzelne Module hier und die meisten sind aber schon irgendwie selbsterklärend. Ich werde jetzt hier allerdings noch mit dem Level of Detail euch beglücken und mit dieser wunderbaren Kurve hier unten. Heute wollen wir, wie gesagt, das Level of Detail machen und dazu würde ich aber ganz gerne diesen furchtbaren Standard-Sprite hier wegkriegen. Deswegen gehen wir hier einfach mal auf Required und dort können wir das Ganze ändern. Hier könnt ihr übrigens noch ganz, ganz viele andere coole Optionen ändern. Einfach mal hier zum Beispiel Sub-UV, das bedeutet sowas wie ein Unterbild. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf mein Particle gehe, hier oben Particle eingebe. So, dann haben wir hier zum Beispiel Explosion Sub-UV. Da sehen wir, das sieht irgendwie seltsam aus. Und dann könnte ich hier eben über Sub-UV hergehen und sagen, wie viele Bilder das Ding dann tatsächlich hat. Ich glaube, ich sehe hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Ja, das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus und dann sagen wir wahrscheinlich hier auch sechs Stück. Und dann haben wir plötzlich eine wunderbare Flamme, die dann halt die ganze Zeit hin und her gerendert wird. So, und ja, ihr könnt dann natürlich dann auch sagen, ihr wollt interpolieren. Das heißt, ihr wollt die Bilder hintereinander haben, ihr wollt sie vielleicht überblenden oder random haben. Also irgendwie sieht es dann schon deutlich besser aus, wie wenn ihr diese komische Flamme habt. Oder halt diesen komischen Standard-Emitter. Und deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, nehmen wir doch einfach mal das Ding. So, und ja, vielleicht sollten wir hier auch noch ein bisschen was einstellen. Und zwar die Initial Velocity ist mir ein bisschen zu hoch. So, 50, ja, das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Dann machen wir hier irgendwas zwischen 20 und 50. So sieht es doch eigentlich aus, wie eine sinnvolle Flamme. Und, ähm, ja, ich finde es ganz hübsch soweit. Wir können jetzt hier einfach zum Beispiel auch noch unter dem Spawn vielleicht den Wert ein bisschen hochstellen auf 50. Dann haben wir eine richtig dicke Flamme. Sieht so aus, wie aus einem Flammenwerfer raus. Kann man sich auch wunderbar vorne als Waffe oder sowas vorstellen. Würde ich mal so behaupten, gut, okay, dann müsste man wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Velocity einstellen. Und nicht in Z-Richtung, sondern in die Vorwärtsrichtung. Aber das überlasse ich dann euch. Jetzt wollen wir mit dem Level of Detail hantieren. Ähm, Achtung, ich stelle das hier jetzt mal absichtlich auf extrem hoch. Also 100 ist schon sehr, sehr hoch. Das sieht auch aus, wie eine richtig fette Flamme. Ähm, wir machen jetzt hier mit Level of Details ein bisschen was. Und dazu adde ich jetzt hier einfach mal noch weitere Level of Details. Nämlich hier einfach, ja, auf Add gehe. Und dann kann ich hier zum Beispiel hergehen und sagen, ich möchte ganz gerne 2 haben. Oder ich möchte hier auf höher gehen. Ah, jetzt wird es mir endlich angezeigt. Ähm, oder ich kann eben wieder lower gehen. Und ich mache jetzt hier mal auf das Highs. Das brauchen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Mir reichen eigentlich diese 3 Level of Details. 0 ist das detaillierteste Level. Das heißt, wenn man 0 hat, dann hat man sozusagen höchste Qualität. Ihr erinnert euch, bei Computerspielen ist es sehr, sehr häufig so, dass man sehr, sehr viel Leistung für irgendwas braucht. Und diese Leistung teilweise nicht auf jedem Rechner verfügbar ist. Das heißt, ihr solltet hier irgendwie mit diesen Level of Details möglichst alle eure Kunden, äh, angreifen. Das heißt, ihr habt hier eben die Einstellung ganz niedrig. Dann habt ihr die Einstellung Medium und hier habt ihr die Einstellung High. So, und jetzt seht ihr hier, das ganze Ding ist erstmal, ähm, naja, nicht ganz übernommen worden. Aber was wir hier machen können, ist, wir können sagen, okay, hier können wir die ganzen Standardeinstellungen, also die für die höchste Leistung, können wir hier die ganzen Standardeinstellungen machen. Wenn wir dann in ein höheres Level of Detail gehen, dann können wir hier nichts mehr ändern. Das heißt, es wird einfach alles übernommen, es ist alles ausgegraut. Aber wir können hergehen und sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel spawnen, erstmal duplizieren von dem höheren Level und dann können wir hier drin alles ändern. Das heißt, wir sagen hier plötzlich nur noch, wir haben 50 Flammen und nicht mehr so viele. Und wenn wir jetzt in das höchste Level of Detail gehen, dann duplizieren wir, Achtung, wenn wir es nicht duplizieren, wird das automatisch übernommen von dem Level of Detail, das davor ist. Also zwischen 0 und 2 liegt ja Level of Detail 1 und hier haben wir spawnen auf 50 gesetzt und bei dem höchsten Level of Detail, das heißt eigentlich schlechteste Qualität, haben wir hier 50 stehen. Das heißt, wir haben nicht von dem Level 0 geerbt, sondern von dem Level 1 geerbt. So, und wenn ich jetzt hier eben Duplicate von higher mache, dann kann ich hier sowas einstellen wie 10. Wunderbar. Und jetzt habe ich nur noch ein paar spärliche Flämmchen hier. Klar, ist nicht der sinnvollste Einsatz von Level of Detail. Da wäre dann sowas wie Größe davon oder Texturqualität oder sowas wäre deutlich wichtiger. Aber zum Beispiel auch die Anzahl an Partikeln kann hier sehr, sehr wichtig werden. Und ja, dann können wir jetzt einfach mal wieder in die Standardeinstellung gehen. Dazu gehe ich jetzt hier einfach mal drauf und gehe wieder in mein Lowest Level of Detail. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die Sachen einzustellen und zwar unter Lot Level of Detail. Hier kann ich die Einstellung ändern und hier, ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Hier kann ich die Distanzen einstellen. Das heißt, je weiter ich weg bin von dem Ding, desto mehr switcht mein Level of Detail hin und her. Und wenn ich jetzt ganz weit weg bin, möchte ich zum Beispiel hier, sagen wir mal 1000 haben. Während wenn ich nur 500 weit weg bin, dann möchte ich eben dieses Level of Detail haben. Und wenn ich ganz nah dran bin, dann habe ich Level of Detail 0. So, und jetzt scrolle ich mal weiter weg und jetzt sehen wir hier plötzlich... Okay, man sieht es nicht richtig. Ich muss die Zahl ein bisschen anpassen. Ähm, wir werden hier jetzt einfach mal 50 benutzen und hier auch 50. Äh, ne, hier wollen wir 100 benutzen. So, und jetzt scrolle ich mal ganz nah dran und dann, wenn ich weiter weggehe... Okay, man sieht es immer noch nicht. Ähm, ich sollte erstmal speichern und das Ganze dann... Ähm, schon gespeichert? Das ging schnell. Das ging erstaunlich schnell für meine Verhältnisse. Okay, so. Ups, dahin wollte ich es nicht. Ähm, so. Ihr seht aber auch, diese Partikel, die bleiben auch noch kurz... Also, das heißt, wenn ich das Ding jetzt hin und her fahre... Also, Achtung auch, wenn ihr irgendwelche Transformationen durch ein Blueprint oder sowas habt und ihr die, ähm, die Partikel verschiebt, dann sind da tatsächlich auch noch ein paar Partikel, die da so emittieren. So. Ähm, ich markiere mal kurz was anderes an. Ich markiere was anderes an. So. Ne, wobei, wir gehen jetzt einfach mal in den Playmo... Achso, ich komme nicht raus, ne? Da ist... Ach, damit. Ähm, okay. Ich verschiebe mal meinen Spielerstart hier. So. Jetzt sehen wir hier diese wunderbare kleine Flamme, die eigentlich wirklich nur sehr, sehr wenig hat. Und jetzt, wenn ich näher rangehe, jetzt ist die 50 wieder zu niedrig, ne? Verdammt. Okay. Ähm, dann müssen wir hier wieder auf, sagen wir mal, 200 und 500 gehen. Ähm, und hoffen, dass jetzt diesmal die Werte passen. So. Ähm, okay. Wenn wir jetzt auf Play gehen, sehen wir hier sehr, sehr niedrige Flamme. Und wenn ich näher rangehe, dann sehen wir hier schon, das ist die zweite Stufe. Wenn ich weiter weggehe, wird es wieder weniger. Wir sehen es hier. Jetzt wird es wieder mehr. Und wieder weniger. Die dritte Stufe schaffen wir, glaube ich, gar nicht so direkt. Wobei, das da könnte theoretisch die dritte Stufe sein, wenn er quasi drin steht. Ähm, genau. Und damit könnt ihr jetzt gerne ein bisschen rum experimentieren. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne jetzt sowas wie ein Collision in euer Partikelsystem einfügen. Also hier einfach ein neues Modul einfügen. Äh, und dann eine Kollision und dann eine Ector-Collision. Und dann könnt ihr hier drin einstellen, was passieren soll, wenn man reinläuft. Ähm, das würde ich euch sozusagen jetzt erstmal als, naja, als Übung überlassen. Und dann wollen wir vielleicht uns nächstes Mal angucken, wenn ich dran denke, dass wir das dann noch machen. Und eigentlich geht es nächstes Mal dann um den Kurveneditor. Aber das war es wieder mal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.